Moin moin Leute, was geht ab? Sparion hier. Boah, das ist einfach nur verdammt früh. Ich fahr heute nach Holland, nach Venlo, ein bisschen einkaufen. Und ich nehme euch selbstverständlich damit hin, auf jeden Fall. Und ja, bin mal gespannt, was abgeht. Und wir werden auf jeden Fall eine schöne Frikandel essen. Ja, da gibt es einen Laden, da gibt es eine richtig große Frikandel, Leute. Ich feiere den Laden auf jeden Fall. Und ja, Leute, dann sagen wir bis gleich. Und ja, da gibt es einen Laden, da gibt es einen Laden. Und ja, 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 da gibt es einen Laden. Musik Zuhause und In Felder konnte ich euch nicht allzu viel Zeigen Die Leute haben größtenteils Auge gemacht Alleine schon wegen der Kamera Keine Ahnung warum Na ja, muss man halt akzeptieren Dass die Leute das nicht wollen Aber gut Ihr habt Ein bisschen was gesehen Auch wenn es nicht viel war Auch den Grenzübergang Wie wir rübergefahren sind Auch ganz entspannt Und ja ich zeig euch jetzt den einkauf wir haben richtig richtig viele dosen gekauft und ja ansonsten was habe ich noch gekauft ich habe ich noch gekauft ich weiß nicht mehr leute auf jeden fall wir haben eine menge ich habe jetzt eine menge zu trinken aber ein kollege von mir hat sich auch noch was geholt und ja leute ich zeig euch mal den einkauf so leute ihr habt den einkauf gesehen ich war wirklich nicht viel ja ein paar paletten gekauft ja ich wollte euch aber noch mal eine neueste errungenschaft zeigen und zwar geht es um das hier zelda links awakening limited edition box original noch verschweißt ich drehe jetzt einfach mal rum und leute nicht wundern hier mein kater muss auch wieder mitnehmen geschehen sein musste der der muss überall dabei sein und zeig dich mal guck mal hier hallo jetzt rennt er weg der idiot und da ist nur so ein kleines steelbook auf jeden fall dabei ein kleiner game und das spiel ist da auch noch mal drin und auf jeden fall geil das lasse ich so das bleibt auch hier in meiner nintendo ecke und ja ja leute wieder mal ein blog ziemlich kurz meiner meinung nach aber ich habe alles gezeigt also versucht so viel wie möglich zu zeigen und ich freue mich schon auf den nächsten blog lauter macht es gut haut rein tschau